Herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal zum Thema Zeugen Jehovas. Und wir beschäftigen uns immer noch mit dem tragischen Amoklauf in Hamburg, in der Versammlung Winterhude. Und vorneweg noch einmal mein herzliches Mitgefühl mit allen Opfern, mit allen Angehörigen, mit allen Brüdern und Schwestern, ehemaligen, muss ich sagen, Brüdern und Schwestern, dort in der Versammlung Winterhude, allen Verwandten und Angehörigen, die es betrifft. Mein herzliches Beileid, mein aufrichtiges Mitgefühl. Und ich finde es auch wichtig zu betonen, dass unabhängig von kritischen Nachfragen, unabhängig von der Suche nach der Wahrheit, was dort passiert ist, ich übrigens mit meinen Videos in keinster Weise, in irgendeiner Form, die Schuld für diese schreckliche Tat bei Zeugen Jehovas suchen möchte. Also das möchte ich hier ganz klar noch einmal betonen, falls der Eindruck in meinem letzten Video dort entstanden ist. Und es geht hier übrigens in diesem Video tatsächlich um das Thema Mitgefühl, um das Thema Anteilnahme. Und die war überragend, muss man sagen, die Anteilnahme und das Mitgefühl, dass viele, viele einzelne Menschen, Gruppen von Menschen den Zeugen Jehovas entgegengebracht haben, wie viele Menschen dort ihr Mitgefühl ausgedrückt haben, sofort nach der Tat und ja auch Action gezeigt haben. Also Aktion. Ich selbst war vor Ort an dem Tag, also dem Tag nach der Tat, am Freitag. Ich war nach der Pressekonferenz auch dort vor Ort in Hamburg an dem Königreichssaal, wo es passiert ist. Und als ich dort war, war gerade die Bundesinnenministerin Nancy Fay dort und hat Blumen niedergelegt, ihr Mitgefühl ausgedrückt. Und wie man gesehen hat, war sie sehr betroffen und sehr gerührt und ja sehr fassungslos über das, was dort passiert ist. Und in diesem Video möchte ich euch ein paar Statements, ein paar Eindrücke geben von all den Leuten, die ihr Anteilnahme gezeigt haben, um das mal so ein bisschen in Kontrast zu setzen mit dem, wie Zeugen Jehovas als Organisation mit dieser Gruppe umgehen, was sie über diese Menschen sagen. Am Schluss des Videos werde ich das versuchen, noch einmal in Kontrast zu setzen, damit vielleicht auch Jehovas Zeugen, die, die noch bei den Zeugen Jehovas sind, vielleicht auch so ein bisschen zum Nachdenken kommen und schauen, wie uneingeschränkt und wie selbstlos und wie bedingungslos diese Anteilnahme dort war von diesen verschiedenen Gruppen und dass man vielleicht mal darüber nachdenkt. Und ich finde es relativ normal, auch gerade als Christ, als Zeichen der Nächstenliebe, bei so einem schrecklichen Unglück dann auch wirklich seine Anteilnahme zu zeigen. Und ja, das möchte ich heute hier, dem möchte ich heute hier ein bisschen nachgehen. Ich habe euch ein paar Statements mitgebracht und möchte die mal durchgehen. Ihr werdet euch wundern, wer da sich alles zu Wort gemeldet hat zu den Zeugen Jehovas. Nun gibt es eine Gruppe, eine Gruppe, die die Jehovas Zeugen ganz besonders immer an Feinden und das sind tatsächlich aus meiner Perspektive nachher nochmal, aber es gibt da auch viele Schriften der Zeugen Jehovas, wo sie die katholische Kirche sehr stark angreifen. Und deshalb mein erstes Statement tatsächlich von der katholischen Kirche hier, von der deutschen Bischofskonferenz, der Vorsitzende der deutschen Bischofskonferenz, Bischof Georg Betzing, sagt hier, ich bin erschüttert über die menschenverachtende Gewalttat in Hamburg. Mein Gebet gilt den Verstorbenen, den Verletzten und den Angehörigen. Wir trauern um Menschen, die unschuldig ihr Leben verloren haben. Es gibt keine Worte für dieses Verbrechen, das Leben ausgelöscht hat. Also ich finde das eine große Geste, wohl wissend wahrscheinlich auch hier der Bischof Betzing, dass Zeugen Jehovas die katholische Kirche immer in einem sehr schlechten Licht darstellen, auch in ihren Schriften. Und trotzdem uneingeschränkt hier sein Mitgefühl, dass er hier den Zeugen Jehovas und den Angehörigen vor allem zum Ausdruck bringt und den Opfern. Ich weiß, dass gestern am Sonntag, also zwei Tage nach dieser schrecklichen Tat in vielen Gottesdiensten in der Bundesrepublik für die Verstorbenen, für die Angehörigen, für die Opfer, für die Verwandten und Bekannten dieser schrecklichen Tat gebetet wurde. Und es gibt in den Kirchen immer etwas, das nennt man Fürbitte beim Gottesdienst. Das heißt, da werden genau diese schlimmen Dinge angesprochen. Man betet dort für das, was einen bewegt, berührt, für das, was einen traurig macht, was in der Welt passiert. Und ich habe mal zwei Beispiele hier auch rausgegriffen, die ich persönlich auch sehr gut kenne. Und das ist einmal das Beispiel der Freien Evangelischen Kirche oder der Freien Evangelischen Gemeinde in Kiel. Hier gab es am gestrigen Sonntag eine Fürbitte für die Opfer und für die Angehörigen im Gottesdienst. Und ich weiß auch in Hamburg von der Evangelisch-Freikirchen-Gemeinde, das sind die Baptisten, gab es ebenfalls eine Fürbitte für die Opfer und für die Angehörigen im Gottesdienst. Und da gibt es kein Konkurrenzdenken und kein Schlechtmachen von Zeugen Jehovas. In so einem Fall hat man vollstes Mitgefühl mit den Angehörigen und betet für sie. Und ich finde das wirklich, also wenn man, ich versuche mir vorzustellen aus der Perspektive eines Zeugen Jehovas, wenn ihr das hört, guckt mal, da gibt es andere Kirchen, die ihr als die falsche, als die schlechte Religion seht. Und die beten für euch. Also das muss doch Menschen berühren auch. Also mich würde es sehr berühren und mich berührt es im Übrigen auch, dass hier Christen unabhängig, wie sie zu Zeugen Jehovas stehen, dort eine Fürbitte einfach für die beten. Hier habe ich nochmal ein Bild von der Bundesministerin, das ist hier auf der Webseite des Bundesministeriums des Innern, Nancy Faeser. Hier war sie gerade vor dem Königreichssaal in Hamburg, in Winterhude. Und man sieht hier auch das betroffene Gesicht von Frau Faeser. Und sie sagt hier, es ist kaum in Worte zu fassen, was hier Furchtbares passiert ist. Meine Gedanken sind bei den Opfern und Angehörigen, bei den Gemeindemitgliedern und natürlich auch bei den Einsatzkräften, die eine so schreckliche Tat im Nachkriegshamburg, soweit ich gehört habe, noch nicht erlebt haben. Also das auch hier von der Bundesministerin, ihr Beileid oder ihr, nicht nur ihr Beileid, sondern ihr vollstes Mitgefühl. Und natürlich auch unser Bundeskanzler, der übrigens aus Hamburg kommt. Bundeskanzler Olaf Scholz war ja mal Hamburger Oberbürgermeister. Und ich glaube, er hat da nochmal eine besondere Nähe auch zu dieser Tat. Und wahrscheinlich kennt er auch diesen Saal und ist ja wahrscheinlich schon oft dran vorbeigefahren, dort in Winterhude. Und er ist ja dort direkt an so einer Hauptstraße. Und er schreibt, wir sind fassungslos. Wir sind fassungslos, Bundeskanzler Olaf Scholz zum Amoklauf in Hamburg-Alzerdorf. Hier gab es einen Bericht aus Berlin, auf Twitter habe ich das gesehen. Und ja, er sagt halt auch, meine Gedanken sind bei den Opfern und bei den Angehörigen, hat er sich sofort zu Wort gemeldet, der Bundeskanzler selbst. Dann gibt es einen persönlichen Freund, den ich habe, der ein katholischer Priester ist. Und ich hatte ja vorhin schon von einem Bischof gesprochen, ein Bischof in der Bischofskonferenz, der dort seine Anteilnahme schon geäußert hat. Und hier habe ich einen Predigtauszug euch nochmal mitgebracht von einem Pastor, den Gerry Lukas Albrecht. Er ist in einer katholischen Gemeinde in Essen, ist er der Pastor. Und er hat mir freundlicherweise mal sein Manuskript geschickt, womit er seine Predigt gestern begonnen hat. Und er sagt hier, liebe Schwestern und Brüder, heute gehen meine Gedanken zurück in meine Heimatstadt Hamburg. Auch bei mir hat der Amoklauf von Philipp F., einem ehemaligen Zeugen Jehovas, tiefe Trauer und Fassungslosigkeit ausgelöst. Mir tun die Opfer und die Hinterbliebenen dieses so Hamburgs Innensenator Grote seit vielen Jahren größten Verbrechens in der Hansestadt unendlich leid. Besonders erschüttert mich, dass eine hochschwangere Mutter diesen grauenhaften Anschlag selbst zwar knapp überlebt hat, nicht aber ihr Sohn sieben Monate alter Fötus und so weiter. Also auch große Anteilnahme hier selbst in der Predigt, hat er also eine besondere Predigt direkt gestern am Sonntag dort gehalten. Und ja, wie gesagt, also unabhängig von der eigenen Denomination hier einfach das Mitgefühl ausgesprochen. Und das finde ich wirklich erstaunlich, dass da auch kein Wort irgendwie mitschwang von Groll oder von, naja, wir wollen den unser Mitleid oder Mitgefühl ausdrücken, den Zeugen Jehovas, aber, sondern ich sehe hier wirklich eine große und echte Anteilnahme, weil ich meine, es ist wirklich, man mag sich das wirklich nicht vorstellen. Man mag sich das nicht vorstellen, wenn ich selbst, wenn ich nur ansatzweise daran denke, ich war nun viele Jahre selbst in Königreichssälen unterwegs und wenn ich einfach nur daran denke, nach der Zusammenkunft, die ja üblicherweise um 20.45 Uhr endet und dann wird das Fenster geöffnet zum Lüften und dann passiert so eine Schreckliche, also ich kann es mir wirklich, ich will mich da gar nicht reindenken. Also deshalb finde ich es großartig, ich finde es menschlich, ich finde es auch richtig und ich finde es ein Zeichen der Nächstenliebe, dass sowohl öffentliche Menschen, Politiker als auch unterschiedliche Kirchen dort ihr Mitgefühl gezeigt haben. Übrigens auch aus der Reihe der jüdischen Kirche oder des Zentralrats der Juden habe ich auch eine Mitteilung auf Twitter gefunden. Ich habe sie jetzt nicht so schnell wiedergefunden, aber ich weiß, dass ich sie gelesen habe. Also von vielen, vielen Menschen Mitgefühl und, ja, Mitgefühl für die Opfer und für die Angehörigen. Jetzt habe ich euch gesagt, ich wollte das Ganze mal in Kontrast stellen zu dem, wie den Zeugen Jehovas über diese Gruppen denken, diese Gruppen, die dort ihr Mitgefühl gezeigt haben. Und da gibt es als erstes mal die religiöse Gruppe, also die Gruppe der Christen. Und ich habe ja ein paar Kirchen genannt, evangelische Kirchen, Freikirchen, katholische Kirchen, Zentralrat der Juden. Also es gibt einige, die sich hier zu Wort gemeldet haben. Und was denken denn Zeugen Jehovas über die, also als Organisation? Also es wird jetzt nicht der einzelne Zeuge so darüber denken. Aber was finden wir denn in den Schriften der Zeugen Jehovas über diese Gruppen? Ich habe euch mal eins mitgebracht, ein Zitat hier aus dem sogenannten Offenbarungsbuch. Wie denken Zeugen Jehovas über all jene, die für die schreckliche Tat ihr Mitgefühl ausgedrückt haben? Und hier mal ein Artikel, unglaublich. Die Offenbarung, ihr großartiger Höhepunkt ist nahe, seine 267, Trauer und Jubel über Babylons Ende. Wie werden die Könige der Erde auf die plötzliche Vernichtung Babylons der Großen reagieren? Jubel wird dort sein. Und dieser Jubel bezieht sich halt nicht nur darauf, dass die Regierung oder so jubelt oder dass es hier ein Wort aus der Offenbarung ist, sondern wir wissen selbst, wie Zeugen Jehovas über die falsche Religion denken, über Babylon die Große und wie abfällig über diese Gruppen auch geredet wird. Und ich selbst habe aus meiner eigenen Zeit als Zeuge Jehovas das ganz oft auch auf Kongressen gehört, wie dort sozusagen über diese Gruppen gesprochen wird, über Babylon die Große, über die falsche Religion. Und Zeugen Jehovas glauben ja, dass sie die einzig wahre Religion sind. Und dann, wie denken Zeugen Jehovas über Politiker? Zeugen Jehovas beteiligen sich nicht an Wahlen. Zeugen Jehovas beteiligen sich nicht an Wahlen. Und das heißt, die Politiker, die jetzt dort vorbeigekommen sind, auch der Bundeskanzler, die Frau Faeser, das sind alles Politiker und Zeugen Jehovas beteiligen sich halt nicht an Wahlen. Und sie sagen auch selbst, dass sie den obrigkeitlichen Gewalten bedingt sich unterordnen. Also sobald es mit den Gesetzen, wie sie sagen, mit den Gesetzen der Bibel, mit den Gesetzen Jehovas in Konflikt kommt, würden sie den obrigkeitlichen Gewalten, also der Politik, nicht mehr gehorchen. Und das heißt sozusagen, die eigene Bibelauslegung, wenn die nicht übereinstimmt mit dem, was die obrigkeitlichen Gewalten von denen verlangen, dann würden sie sich denen nicht unterordnen. Zeugen Jehovas unterhalten übrigens auch keine diakonischen Werke und unterstützen diese. Jetzt hat man dort gesehen, also es gibt ja wahrscheinlich auch Seelsorge, die dort sofort an Ort und Stelle waren. Es gibt Krankenwagen, es gibt teilweise von der Caritas, von den Johannitern und so weiter, gibt es ja diakonische Werke, die dort unterhalten werden, die teilweise auch in so einer schlimmen Situation dann direkt vor Ort sind, zur Stelle sind. Und da gibt es zum Beispiel von Seiten der Zeugen Jehovas halt keine diakonischen Werke. Das finde ich auch sehr interessant. Alle Kirchen unterhalten irgendwelche diakonischen Werke in Form von Nächstenliebe, machen sie Dinge auch für andere. Zeugen Jehovas helfen eher ihren eigenen Leuten. Und ich habe da mal einen Artikel hier rausgesucht, das ist der Artikel von dem Buch Gottes Königreich regiert auf Seite 209. Und da wird nämlich über diese Hilfsaktion der Zeugen Jehovas gesprochen. Warum tun sie das? Also warum tun sie eigentlich etwas in Katastrophenfällen zum Beispiel? Und das war jetzt auch eine Katastrophe in Hamburg. Und wenn jetzt woanders irgendwo Katastrophen ausbrechen, zum Beispiel Erdbeben und so weiter, mit welcher Zielrichtung helfen Zeugen Jehovas? Da wird hier gesagt, erstens fragt man sich, wird durch unseren Hilfsdienst Jehova geehrt oder verherrlicht? Wird Jehova verherrlicht? Das ist erstmal das Erste, was man denkt an Hilfsaktionen. Nicht helfen wir Menschen in Not, sondern wird Jehova dadurch verherrlicht? Gut, nun könnte man natürlich sagen, okay, wenn man jemandem hilft, dann wird vielleicht Gott auch verherrlicht. Aber das ist so die erste Zielsetzung hier. Wird Jehova dadurch verherrlicht? Zweitens möchten wir den Mangel unserer Glaubensbrüder völlig abhelfen. So das heißt, hier sind dann so Beispiele genannt beim Tsunami, wo sie geholfen haben, Japan und so weiter. Und da wird gesagt, aus selbstloser Liebe haben Einsatzkräfte mitunter sogar ihr Leben riskiert, um ihren Glaubensbrüdern zu helfen. Das heißt, das ist also der zweite Punkt der Zielsetzung, können wir unseren Glaubensbrüdern helfen? Und drittens helfen wir den Betroffenen, ihren Dienst für Jehova fortzusetzen. Und das ist tatsächlich so, dass in so Katastrophengebieten immer geguckt wird, kann man irgendwas tun, damit so schnell wie möglich dort wieder Versammlungen stattfinden können, dass die gute Botschaft wieder verbreitet werden können, dass Menschen wieder in Prächtienst gehen können. Man hat oft Literatur extra hingeschickt in Katastrophengebieten. Und ja, da sieht man also so ein bisschen die Ausrichtung. Auf der anderen Seite, es gibt sehr viele Weltmenschen, die dort geholfen haben. Gut, nun hat sich der Sprecher der Zeugen Jehovas dort auch bedankt bei den Hilfskräften, bei den Einsatzkräften. Auf der anderen Seite ist es aber halt so, dass Zeugen Jehovas grundsätzlich keine Freundschaft, in Anführungszeichen, mit der Welt eingehen. Also keine Freundschaft mit der Welt. Das heißt, ja, diese selbstlose Freundschaft oder selbstlose Liebe, weiß ich nicht, ob sie das halt anderen auch entgegenbringen. Ich will gleich zum Schluss nochmal was dazu sagen, dass es also auch ein Gegenbeispiel dafür gibt. Ich möchte das hier bitte nicht, dass ihr mich falsch versteht, alles schlechtreden. Aber zum Beispiel die Hilfe für andere ist an Bedingungen geknüpft. Also wenn ich zum Beispiel, also die Hilfe für andere ist an die Bedingungen häufig geknüpft, unterstützt es in irgendeiner Form das Werk der Zeugen Jehovas? Bringt es einen guten Ruf auf den Namen Jehovas oder auf den Namen der Organisation der Zeugen Jehovas? Oder hilft es zu missionieren? Zum Beispiel Sprachkurse. Zeugen Jehovas machen Sprachkurse und diese Sprachkurse sind mit den Lehren der Zeugen Jehovas, werden dort Sprachkurse gemacht. Das heißt, es geht gar nicht so sehr darum, dass Menschen die Sprache lernen, sondern dass sie Sprache lernen, damit sie mit Zeugen Jehovas die Bibel studieren können. Und das Letzte, was ich noch ansprechen möchte und ich glaube, da habe ich selbst, aber auch, da habe ich selbst und auch viele andere gehört und zwar ausgeschlossene Zeugen Jehovas, das ehemalige Zeugen Jehovas haben auch sehr, sehr viele, ihr Mitgefühl, ihr Mitleid bekundet, ihre Anteilnahme. Auch hier auf YouTube, verschiedene YouTuber, die sich mit dem Thema Zeugen Jehovas beschäftigen, Statements auf Webseiten, übrigens auch ein Statement auf unserer Webseite, Wenn ihr da mal drauf schauen wollt, www.b-tester-hilf.de, Moment, wo ist sie? Jetzt sieht man sie nicht. Also www.b-tester-hilf.de, das ist unsere Webseite. Wenn ihr da mal drauf schaut, da haben wir also auch ganz dick draufgeschrieben, dass wir also auch um die Opfer trauern und auch unser Mitgefühl ausdrücken wollen. Und da hat keiner, hoffe ich jedenfalls, keiner von den ehemaligen Zeugen Jehovas, auch wenn sie selbst seelische Wunden haben, auch wenn sie selbst sehr viel durchgemacht haben, hat keiner irgendwie Hass auf die Zeugen Jehovas oder Schadenfreude, empfindet irgendwie Schadenfreude. Also das wäre völlig uneingebracht. Und das möchte ich übrigens auch nicht, dass das hier auf meinem Kanal geschieht. Wenn jemand so etwas hier postet, dann wird das sofort gelöscht, weil ich dafür kein Verständnis habe. Und das finde ich also auch großartig, dass selbst ehemalige Zeugen Jehovas, die sehr viel mitgemacht haben, ihr Mitgefühl bekunden. Auch mich haben sehr viele Nachrichten erreicht von ehemaligen Zeugen Jehovas, die mir gesagt haben, wie schrecklich sie das finden und es hier mit den Opfern fühlen und so weiter. Und jetzt zum Vergleich vielleicht nochmal, wie denken denn Zeugen Jehovas selbst über Ausgeschlossene, über die, die keine Zeugen Jehovas mehr sind? Sind das einfach Menschen wie alle anderen auch? Oder wie sehen Zeugen Jehovas die? Natürlich nicht. Wir alle wissen, dass die mal Zeugen Jehovas waren. Ein ehemaliger Zeuge Jehovas ist schlimmer als einer, der nie ein Zeuge Jehovas war. Und ich habe hier mein Statement auf Wachtturm 1981, 15.12., Seite 21 bis 22. Da heißt es, der Ausgeschlossene ist nicht einfach ein Weltmensch, der weder Gott kennengelernt noch je ein gottgefälliges Leben geführt hat, sondern er kennt den Weg der Wahrheit und Gerechtigkeit, hat ihn verlassen und reuelos in der Sünde so lange verharrt, dass er ausgeschlossen werden musste. Deshalb ist er anders zu behandeln und so weiter. Und wenn man dann runter schaut, dann wird hier eine Schriftstelle benutzt für die Ausgeschlossenen, wo es heißt, ja, da passt das Sprichwort, der Hund hier unten, sehen wir es ganz unten, der Hund ist zum eigenen Gespeit zurückgekehrt und die gebadete Sau zum Wälzen im Schlamm. So denkt die Organisation der Zeugen Jehovas über Ehemalige und sie sieht sie auch als Feinde. Als Feinde Jehovas und es gibt auch Videomaterial, ihr wisst, was ich meine, wo diese Feinde Jehovas wirklich verunglimpft werden, ins Lächerliche gezogen werden. Und trotzdem, trotzdem zeigen diese Ausgeschlossenen, diese ehemaligen Zeugen Jehovas Größe und empfinden Mitleid und Mitgefühl mit den Opfern und mit den Angehörigen. Und das möchte ich hier auch nochmal ganz stark betonen, dass das wirklich so ist, von ganzem Herzen. Und ja, wir hoffen oder ich hoffe mit diesem Video, mit all dieser Anteilnahme, dass es auch die Zeugen Jehovas bewegt und berührt in einer Form, dass sie sehen, so böse sind diese Weltmenschen da draußen gar nicht oder diese anderen Christen oder die Politiker oder auch die Ausgeschlossenen, die ehemaligen Zeugen Jehovas. Und eine Sache möchte ich übrigens auch noch anmerken, es gibt viele, viele Zeugen Jehovas, die eben Nächstenliebe wirklich zeigen, entgegen dem oder anders, als wir es manchmal hier gelesen haben, auch in den Publikationen der Zeugen Jehovas, die ihren Nachbarn helfen, die Menschen in Not helfen, die Nächstenliebe zeigen. Und übrigens auch zu Ausgeschlossenen gibt es auch eine Reihe von Zeugen Jehovas, die sie eben nicht an dieses Kontaktverbot halten, was von der Organisation vorgegeben, wird und ausgeschlossene oder ehemalige Zeugen Jehovas wirklich als Menschen behandeln und nicht, wie hier in diesem Sprichwort, wie Hunde oder Säue, mit denen sie hier tatsächlich verglichen werden in diesem Text. Ich sage vielen Dank fürs Zuschauen bei diesem Video. Lass gerne ein Like da, wenn dir das Video gefallen hat, wenn du dir diese Arbeit wichtig findest. Abonniere auch gerne diesen Kanal und schaue auch gerne nochmal auf unserer Webseite vorbei, unsere Webseite zum Thema Zeugen Jehovas. Ich versuche es hier nochmal einzublenden, wenn es mir gelingt. Ne, gelingt mir nicht. Genau, also www.betester-hilft.de Findest die Webseite auch nochmal hier unten und auch die weitere Kontaktmöglichkeiten. In diesem Sinne vielen Dank fürs Zuschauen, auch bei diesem wichtigen und bei diesem ernsten Thema. Und ich wünsche euch wie immer Gottes Segen. Macht's gut. Macht's gut.